Vor den Wahlen in den Vereinigten Staaten wächst die Angst vor täuschend echt wirkenden Bildern oder Videos, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden und das Wahlergebnis manipulieren sollen. In der Popkultur gibt es so etwas auch. Taylor Swift kann ein Lied davon singen. Meta hat eine ganze Reihe von Maßnahmen dagegen angekündigt. Wir fragen, reicht das? Herzlich willkommen zum Deconomy Podcast zum Thema Deepfake, Wasserzeichen. Reicht das? Kann man damit etwas gegen Deepfakes machen? Maximilian Sachse ist der Experte aus unserer Wirtschaftsredaktion, der dazu einiges recherchiert hat in den vergangenen Tagen und Maximilian Sachse ist auch heute hier bei uns. Hallo lieber Maximilian. Hallo Karsten, vielen Dank für die Einladung. Toll, dass du die Zeit gefunden hast. Wir sind hier ansonsten zu zweit, wenn man so will, auf der anderen Seite der Gesprächspartner und Fragensteller. Alexandra Ambruster aus unserer Wirtschaftsredaktion und mein Name ist Karsten Knob, einer der Herausgeber der FAZ. Lieber Maximilian, jetzt ist in den vergangenen Tagen rund um das Thema Deepfakes einiges passiert. Ich habe es in der Anmoderation schon kurz erwähnt bei dem einen oder anderen Klingeln, bei Taylor Swift aus den falschen Gründen, die Ohren aber auch mehr, weil man was gesehen hat, was möglicherweise falsch war und so in echt gar nicht existierte, nämlich Nacktfotos, Nacktaufnahmen von Taylor Swift, aber auch der amerikanische Präsident hat in New Hampshire dazu aufgerufen, vermeintlich dazu aufgerufen, nicht zur Wahlurne zu gehen und alles war gefakt. Ein Unternehmen wie Facebook möchte, heißt ja heutzutage Meta, dagegen etwas tun und an der Stelle wird es jetzt so langsam spannend. Fangen wir aber doch erstmal nochmal mit den konkreten Fällen an. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar mehr im Kopf. Wo sind denn Netznutzer in den vergangenen Wochen mit Deepfakes konfrontiert gewesen und was fällt dir zu Joe Biden und Taylor Swift sonst noch ein? Ja, das Phänomen Deepfake ist ja kein ganz neues. Das, was neu ist, ist, dass die Technik immer besser wird und dass es immer leichter wird. Also vor ein paar Jahren brauchte man noch ziemlich gute Photoshop-Skills für so ein Deepfake. Inzwischen muss man einfach einen präzisen Prompt eingeben. Es gibt gerade für diese ganzen Pornogeschichten, wie es jetzt bei Taylor Swift, für die fotografischen Aufnahmen, wie es da der Fall war, da gibt es eine ganze Industrie dahinter, wo man für unter 100 Euro sich so Aufnahmen von Star XY erstellen lassen kann. Das heißt, es hat sich alles professionalisiert und natürlich wird alles immer realistischer. Es gab schon letztes Jahr einen großen Fall, wo beispielsweise ein Bild vom Pentagon viral gegangen ist, über dem schwarze Rauchwolken zu sehen waren. Es hat sich dann relativ schnell als Deepfake entpuppt, aber vorher ist die US-Börse trotzdem erstmal schön abgesackt. Da sieht man dann, was das auch für Konsequenzen aufs reale Leben nehmen kann. Für Cyberkriminelle ist das natürlich auch eine ganz interessante Nummer, solche Deepfakes, weil das denen in ihrem Geschäftsmodell im Betrügen hilft. Es gab jetzt auch einen prominenten Fall in Hongkong, hat die Polizei mitgeteilt, dass ein Mitarbeiter von einem globalen Unternehmen 25 Millionen Dollar an Betrüger überwiesen hat. Die haben sich in einem Videocall vermeintlich als Finanzchef und enge Mitarbeiter vom Finanzchef des Unternehmens ausgegeben, per Deepfake. Und dann waren 25 Millionen Dollar eben weg. Und das ganze politische Thema, Joe Biden, hast du gerade schon angesprochen. Es gibt natürlich, also wenn man so ein bisschen die Fantasie mal spielen lässt, dann gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, wie das jetzt im US-Wahlkampf eine Rolle spielen kann, wenn Leute Videos veröffentlichen, wie Joe Biden vielleicht stolpert oder vermeintlich stottert oder sowas. Es gab auch schon Bilder von Donald Trump vermeintlich im Gefängnis oder bei der Festnahme. Das sieht alles einigermaßen spektakulär aus. So ist es. Und da wird dann relativ schnell, glaube ich, klar, warum es da so eine gewisse Angst gibt, dass das einen Einfluss auf die Wahlkämpfe nehmen kann. Hat es auch schon in anderen Ländern. Also in Argentinien gab es, haben Deepfake eine Rolle gespielt im Wahlkampf, in Bangladesch. Das ist schon ein ganz schön großes Thema gerade. Jetzt haben wir ja ein super Wahljahr, Alex. Also wird jedenfalls so genannt. Noch nie in der Geschichte der Menschheit waren so viele Menschen gleichzeitig aufgerufen. Also in einem Jahr, natürlich nicht am selben Tag, aber in diesem Jahr, zur Wahlurne zu gehen. Und das trifft auch hier auf Europa zu. Also wir zahlen darauf auch ein. Es gibt Wahlen in Deutschland und in Europa. Also mit anderen Worten, auch hier bei den Landtagswahlen, bei den Europawahlen sollte man vielleicht wachsamer als sonst durch die digitale Welt gehen. Absolut. Also genau, du hast es schon gesagt. Ich weiß die ganz genauen Zahlen nicht, aber das hat Google ja schon zum Jahreswechsel als Warnung auch rausgegeben. Es sind wirklich so viele Menschen wählen in diesem Jahr wie eigentlich nie zuvor in unglaublich vielen Ländern. Und natürlich sind die Plattformen, über die wir gerade gesprochen haben und auch die KI-Systeme, mit denen man das produzieren kann, auch breit verfügbar, auch in all diesen Ländern. Und es kann einem überall begegnen. Und zwar auch natürlich immer nicht nur von Akteuren in dem jeweiligen Land, für Leute des jeweiligen Landes, sondern weil es natürlich auch immer mal aus dem Ausland Interesse geben kann, eine Wahl in einem anderen Land zu beeinflussen. Besonders zum Beispiel eben gibt es mit Sicherheit großes Interesse, auf russischer Seite den amerikanischen Wahlkampf zu beeinflussen, aber auch Wahlen eben im Westen Europas, weil eben der Krieg in der Ukraine nach wie vor ja natürlich herrscht. Und deswegen kann man nur sagen, aufpassen und wirklich viel, viel genauer als bei vergangenen Wahlen hinsehen auf das, was man dort sieht, hört und liest. Also es ist ja tatsächlich was, was eben alle unsere Sinneskanäle umfasst, mit denen wir Nachrichten konsumieren, weil man eben Stimmen sehr gut nachmachen kann, künstlich mit KI, weil man Bilder und Videos, also nicht nur Bilder, sondern eben auch Bewegtbild sehr gut manipulativ kreieren kann. Kann man schon seit Jahren, aber eben jetzt auch noch viel besser. Und last but not least eben auch Text. Also die Programme können in Windeseile Text schreiben, sie können es optimiert schreiben, es kann sich schnell verbreiten. Und deswegen ist es, also ich kann, ja, ich kann nur sagen, es ist, das soll gar nicht pathetisch klingen, aber in diesem Land vielleicht wichtiger als jemals zuvor, in der demokratischen Zeit unseres Landes genau hinzusehen, was man über Wahlen und die Positionen der Leute liest, die da gewählt werden möchten und vor allen Dingen eben auch auf die Quellen, unter denen das auftaucht. Und bei Quellen, die man nicht kennt, noch genauer zu sein und sich eben zu orientieren, weil wir natürlich an der Stelle auch gerne eine Werbung für Zeitungen, für etablierte Medien, die ja auch anderen Gesetzen unterliegen bei ihren Publikationspflichten. Da ist sozusagen eine Zertifizierung schon drauf. Wir reden ja gleich noch darüber, wie man das machen kann, dass man eben Fälschungen erkennbar machen kann. Aber das ist ein Riesenthema natürlich auch hier. Je besser die KI wird, umso schwieriger wird es für mich selbst als bewusster Nutzer von Medien, ob die jetzt visuell sind oder halt eben verschriftlicht oder Audio, wirklich zu erkennen, dass es eine Fälschung ist. Und dazu gibt es zum einen, und darüber müssen wir gleich nochmal reden, eine Initiative auch von unter anderem Meta, das war ja auch schon erwähnt kurz, was dagegen zu tun. Aber eine Frage an euch beide. Fangen wir aber nochmal mal kurz mit Alex an, ohne Wasserzeichen oder irgendeine Lösung, die mir als Nutzer hoffentlich die Gewissheit gibt. Es handelt sich dabei jetzt um einen Text von Alexander Armbruster, den Alexander Armbruster in der echten FAZ geschrieben hat und nicht um einen Text, den eine Fake-KI in Russland geschrieben hat, die möglicherweise die FAZnet-Seite komplett nachahmt und so tut, als ob Alexander Armbruster diesen Text geschrieben hätte. Das ist doch eine Herausforderung, die auf uns zukommt, oder? Klar. Also das ist es auf jeden Fall. Man kann, das gehört auch zur Wahrheit, so gut diese KIs sind, also was schon helfen kann, ist wirklich ganz genau auf die Bilder zu gucken, die da sind. Wenn man sich die Verhaftung von Donald Trump ansieht, im Moment wird man noch auf den Gedanken kommen, dass das nicht echt ist. Genau, wenn wir das als Beispiel nehmen, und das ist in vielen Fällen so, es sieht oft, es sieht vieles auf den ersten Blick wirklich echt täuschend, echt aus, aber wenn man sich mal manche Details ansieht, dann stimmt manchmal der Winkel von einem Arm nicht, oder es kommt auch vor, dass an der Hand mal ein Finger zu viel plötzlich dran ist, oder ein Arm hinter einem Rücken oder was anderem so verschwindet, wie er in echt gar nicht verschwinden kann, oder es sind, was weiß ich, es sind sechs, sieben Personen da drauf, aber es gibt dann nicht die korrespondierenden zwölf oder vierzehn Arme, sondern, also wenn man, man kann immer, also es kann, es ist eine Möglichkeit, es klappt nicht immer, aber es kann schon helfen, wenn man doch mal einen zweiten oder dritten Blick da drauf wirft und genau guckt, ob das auf diesem Bild eigentlich so in sich stimmig ist und passt, das ist aber natürlich nicht die perfekte Lösung, weil wenn wir ehrlich sind, unser Verhalten ist natürlich auch nicht so, dass wir bei jedem Bild dann ganz lange stehen bleiben, sondern unser Verhalten ist auch, genau, das machen wir nämlich halt auch, das machen wir auch unbewusst und das können wir auch gar nicht so einfach abstellen, aber das ist zumindest so als kleiner Tipp oder als kleiner Hinweis, aber ansonsten ist das natürlich tatsächlich einfach, das ist das Problem, mit dem wir, wir werden noch sehen, wie umfangreich, aber mit dem wir mutmaßlich eben konfrontiert sein werden. Maximilian, jetzt habe ich das schon erwähnt, Meta will auch selbst versuchen, was gegen Fakes zu unternehmen und will da auch andere noch mit ins Boot holen. Ja genau, das basiert tatsächlich auch so ein bisschen auf Wasserzeichen, also nicht nur so ein bisschen, sondern es basiert auf Wasserzeichen. Meta hat jetzt angekündigt, dass es im Laufe des Jahres damit anfangen möchte, KI-generierte Bilder auf allen seinen Plattformen, also Facebook, Instagram inzwischen ja auch Threads zu labeln. Das funktioniert mit einer Deepfake-Erkennungssoftware, das ist jetzt nichts Neues, es gibt durchaus schon Deepfake-Erkennungssoftware auf dem Markt, die mal besser, mal schlechter funktioniert und das basiert da drauf, auch bei Meta, dass bestimmte Signale oder Marker innerhalb dieser Bilder ausgelesen werden und das läuft im Prinzip auf Wasserzeichen hinaus, die in den Metadaten von solchen Bildern dann verankert sind und die diese Software dann erkennt und sagt, okay, das hier ist ein KI-generiertes Bild, es gibt da einige Standards, die viele schon nutzen, C2PA ist so ein ganz relativ verbreiteter Standard, den auch Kamerahersteller zum Beispiel teilweise schon nutzen, OpenAI nutzt den auch und es gibt eine Initiative, eine Organisation, Partnership on AI heißt die, wo im Prinzip alle Großen drin sind, die Microsoft, die Google, auch Adobe, Shutterstock mit Journey und so weiter und da wollen sie sich eben darauf verständigen, genau solche Standards für ihre Bildgeneratoren zu verwenden, damit zum Beispiel Meta und andere werden da sicher auch folgen, die erkennen können mithilfe von Software. Das funktioniert bei Bildern auch noch nicht perfekt, gibt Meta selber zu, sie wollten jetzt erstmal was machen, ich glaube, sie sind auch politisch ein bisschen unter Druck in den USA, dass sie vor den Wahlen jetzt zeigen, dass sie das Problem zumindest erkannt haben. Bei Audio und Video funktioniert das tatsächlich eigentlich noch gar nicht, weil es da eben solche Standards für Wasserzeichen noch nicht gibt. Nun kann man sich vorstellen, auch laienhaft, dass diese Großen unter einem gewissen Druck stehen, weil sie einen Ruf zu verlieren haben, weil sie auch recht leicht belangt werden können, also dass sie ein Interesse daran haben, solche Wasserzeichen einzuführen, dass sie sich darauf verständigen, dass sie nicht zu denen gehören wollen, die Fake-Schleudern im Markt sind, aber dieser Markt hat natürlich die Eigenschaft, dass ziemlich viele neue Mitspieler da jetzt auch einsteigen und kleinere und die halt schnell und agil vorankommen müssen und wollen und die Gewissheit, dass auch die sich an solchen Aktionen beteiligen, hat man natürlich nicht. Nein, also genau davor warnt Meta tatsächlich auch und es ist natürlich ohnehin schon mal so, dass auch diese Wasserzeichen, die es aktuell gibt, lassen sich, wenn man das wirklich möchte, finden Leute, die es wirklich wollen, immer einen Weg, solche Wasserzeichen auch zu umgehen oder zu entfernen. Meta arbeitet gerade an der Technologie, wo das wirklich in den Modellen verankert sein soll, wo es dann nicht mehr zu entfernen sein soll. Das ist aber auch noch nicht ganz marktreif, da arbeiten gerade einige dran, aber so wie Wasserzeichen aktuell funktionieren, ist es so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel. Also dann finden Kriminelle wieder einen Weg drumherum und dann werden wieder neue Wasserzeichen erfunden, wo das nicht mehr geht. Das ist so ein bisschen, wie man es aus dem Cyber-Kriminellen-Reich Ich kann sagen, das ist wie in der Cyber-Security, das ist ein Arms-Race. Genau, absolut. Aber was du eben gesagt hast mit dem Open-Source-Problem, das ist natürlich absolut so. Also es wird immer Anbieter geben, die ohne Wasserzeichen arbeiten. Meta fordert deswegen Regulierung. Also sie sagen, es muss da klare Regeln für geben. Aber ich glaube, selbst dann, also solche kleinen Open-Source-Anbieter lassen sich ja kaum regulieren. Ich glaube, es ist aber auch ein, also das stimmt, man wird das nicht komplett beseitigen können, aber ich, zumindest nach dem, was ich bisher drüber nachgedacht habe, finde ich die Idee an sich schon gar nicht schlecht, weil sie, und der Vergleich, der trägt natürlich nicht vollkommen, aber wenn wir es uns mal zum Bargeld uns vergleichen und den Wasserzeichen und der Konstruktion von den Papiergeldscheinen, die wir heute haben und wie die Fälschung sicher gemacht werden sollen, verhindert ja auch nicht, dass es nicht immer wieder gefälschte Banknoten oder sowas gibt oder Versuche, Banknoten zu fälschen. Aber immerhin scheint man mit so einer Methode zumindest in den Zustand zu kommen, dass es auf jeden Fall nicht viel mehr Falschgeld im Umlauf ist als richtiges Geld. Und das ist ja, glaube ich, auch so ziemlich zentral für die Bilder, Videos, Nachrichten, die eben auf den Plattformen verbreitet werden. Man wird ja immer, man kann ja auch, wir werden ja auch das Lügen nicht abstellen oder abstellen können oder irgendwie die Manipulationsversuche. Richtig gefährlich, richtig, richtig gefährlich wird es ja aber erst, wenn sozusagen plötzlich die Mehrheit des Materials, was da verfügbar ist, alles Quatsch ist. Oder? Ja, also ich würde dir zustimmen, also nicht machen ist ja auch keine Alternative. Also jetzt einfach nur zu sagen, okay, und das hat mir auch schon teilweise, also sogar Meta's Technik-Chefer, glaube ich, Ende letzten Jahres gesagt, wir werden unseren Deepfacts gewöhnen müssen. Da ist mit Sicherheit auch was dran, aber gar nichts zu tun, halte ich dann auch für keine gute Alternative. Das ist schon richtig. Genau, und bevor Meta hier zu gut aussieht, müssen wir gleich auch nochmal darüber reden, dass sie manchmal tatsächlich nichts tun. Aber das machen wir erst nachdem unsere beiden Deconomy-Kollegen Johannes Winkelhage und Holger Schmidt uns kurz gesagt haben, was denn im jüngsten Deconomy-Briefing an spannenden Themen zu finden ist in dieser Woche. Einen schönen guten Tag abermals mit Holger Schmidt und Johannes Winkelhage zum Deconomy-Briefing und den Inhalten desselben in dieser Woche. Holger, du schreibst im Editorial vom zweiten Kampf des Mark Zuckerberg. Was hat es damit auf sich? Ja, Mark Zuckerberg hat ja Facebook groß gemacht. Das ist gerade 20 Jahre alt geworden. Das ist schon mal eine reife Leistung und ich habe mich daran erinnert, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe. Das war 2008 und da war Facebook gerade vier Jahre alt und ihm wurde gerade Charles Sandberg zur Seite gestellt. Er ist eine erfahrene Managerin fürs Tagesgeschäft und ich habe ihn damals gefragt, wer hat denn nun eigentlich bei Facebook das Sagen? Und er schmetterte mir damals ein Ich entgegen und ja, im Endeffekt war es dann tatsächlich so. Er hat bis heute das Sagen und das ist auch gut so, weil er das ziemlich gut durchgezogen hat. Hier und da natürlich ein paar Datenschutzskandale, die darf man nicht vergessen, aber das Unternehmen steht im Moment super da und investiert im Moment sehr massiv in künstliche Intelligenz und das Metaverse. Und da sie ökonomisch sehr starke Zahlen vorgelegt haben, ist der Aktienkurs explodiert und ja, muss man den Hut ziehen vor Mark Zuckerberg. Er steigt jetzt wieder in den Ring, in den KI-Ring und ist dabei eine sehr gute Position dort sich zu erarbeiten. Investiert sehr massiv, also schon Chapeau, was er dort gerade abzieht. Er ist ja auch zum Kampfsportler geworden, wollte sich mit Elon Musk prügeln, was die beiden dann offensichtlich auf andere Art und Weise beigelegt haben. Aber man kann es nicht anders sagen, Facebook beziehungsweise Meta steht im Moment auch mit den Zukäufen der vergangenen Jahre einfach schlichtweg ziemlich gut da. Ziemlich gut stehen auch die anderen Big Seven da. Sie haben im vergangenen Quartal 327 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Was macht man denn mit so viel Geld? Ja, das ist eine gute Frage. Das sind ja irre Zahlen. Also die fünf größten, also Amazon, Microsoft, Apple, Meta und Alphabet haben inzwischen so viel Umsatz wie Spanien Bruttosozialprodukt. Und bei 327 Milliarden Gewinn ist in der Tat die Frage, kann man das sinnvoll ausgeben? Ein Teil davon fließt tatsächlich jetzt in Dividende. Meta zahlt zum ersten Mal Dividende. Sie kaufen auch zum Teil ein paar Aktien zurück. Das macht Apple immer gerne. Und sie investieren sehr, sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung. Also wir haben uns die Forschungsentwicklungsetats mal angeguckt. Also allein bei Alphabet 45 Milliarden für Forschung und Entwicklung. Das meiste davon fließt in KI. Das heißt, sie wetten alle auf künstliche Intelligenz und investieren richtig viel Geld und bekommen das Geld schon ganz gut ausgegeben. Aber man hat auch gesehen, zum Beispiel bei Amazon, die haben jetzt mal angefangen, ein bisschen weniger Geld auszugeben und schon ist das Geschäftsmodell sozusagen extrem profitabel geworden. Also da sieht man, wenn die so ein bisschen der Schraube drehen, dann lassen sie die Muskeln spielen. Aber das ist schon eine Macht geworden. Das sind schon nicht mehr Big Techs, das sind schon gigantische Techs geworden. Im Briefing ist zu lesen, wie es mit Apple und Amazon im Detail weitergeht. Nochmal Spezialartikel von dir zu diesen Unternehmen. Ihr habt aber auch, wenn es um die künstliche Intelligenz geht, zusammen mit dem Professor Buxmann oder du hast mit Professor Buxmann einen Podcast geführt mit Richard Huber. Und es ging um KI in der Filmbranche. Etwas, was, glaube ich, eine ganze Menge Leute interessiert. Was wird eigentlich aus den Schauspielern? Was wird aus den Drehbuchautoren? Was hat er euch erzählt? Ja, das war sehr spannend. Er sagt, KI sickert von allen Seiten durch die Türen und man kann sich dem heute gar nicht mehr verwehren. Und ich weiß auch nicht, warum man das tun sollte. Also schon sehr offen gegenüber der künstlichen Intelligenz. Er sagt, sie kann an vielen Stellen helfen, was einfach die Bearbeitung der Filme angeht. Er sagt aber auch, sind natürlich auch Dinge dabei, über die man nachdenken muss. Also zum Beispiel, dass man Schauspieler, man nimmt von Schauspielern nur eine kurze Sequenz auf und der Rest macht die KI. Also im Endeffekt den ganzen Film weiter. Und wenn das irgendwann mal alles in der Maschine ist, dann kann man auch Filme bauen, eigentlich ganz ohne Schauspieler. Weswegen auch die vielen Schauspieler und Drehbuchautoren in den Vereinigten Staaten im vergangenen Sommer gestreikt haben. Also das ist nicht ohne. Er sagt aber auch, es hat ganz viele positive Effekte. Man kann sich Arbeit abnehmen lassen. Also er sieht das eher positiv. Superspannendes Gespräch, empfehle ich sehr. Wir haben natürlich auch etwas von unseren freien Mitarbeitern. Marcel Weiß hat sich angeschaut, wie die KI oder die digitale Transformation, die Kreativbranchen entwickelt. Auswertung einer sehr, sehr umfassenden Studie, sehr lesenswert und sicherlich eine Zierde für das Deconomy Briefing. Last but not least haben wir natürlich auch wiederum den Prompt der Woche neben unseren Gastautoren und vielen anderen Artikeln. Und Michael Schwarzer hat sich angeschaut, wie es denn funktioniert, wenn man die KI wirklich ganz gekapselt auf dem eigenen Rechner laufen lassen möchte. Und auch dafür gibt es inzwischen Möglichkeiten. Und die sollte man durchaus in Betracht ziehen, wenn man keine Lust hat, seine ganzen Daten auf dann doch meistens amerikanische Rechner hochzuladen. Und das funktioniert schon ganz gut, kann man sagen. Es ist noch ausbaufähig, aber der Anfang ist gemacht. Holger, ein letztes Wort von dir zu den Digitalaktien des Monats. Ich meine, die Börse feiert gerade, oder? Die Börse feiert überwiegend KI- und Chipaktien. Das ist schon sehr deutlich, dass dann eine Meta oben steht, NVIDIA, eine AMD, eine ASML, unseren europäischen Hersteller von Maschinen zur Herstellung der Chips. Also es sind sehr viele Unternehmen aus diesen Branchen da. Der Gewinner des Januar war Super Microcomputer mit einem Zuwachs von 98,4 Prozent. Das ist eine Firma, die baut sozusagen die Server auf, die andere dann einsetzen. Also auch die hängen sozusagen direkt an diesem Chip-Boom dran. Und ja, was an der Börse im Moment abgeht, ist schon sehr, sehr beachtlich. Da wird quasi schon eingepreist, dass die KI sozusagen das nächste große Ding ist. Man sucht ja in den Bilanzen der Unternehmen immer nach den Spuren der KI. Die sind noch nicht so wahnsinnig breit. Viele verdrösten und sagen, das Größte wird noch kommen. Das muss dann auch in diesem Jahr kommen. Aber die Börse bereitet sich darauf vor, dass es so sein wird. Das gilt auch für ARM. Das habe ich noch nicht gesehen, ganz ehrlich. Das ist ja kein kleines Unternehmen. Softbank ist extrem investiert. Und sie haben am vergangenen Donnerstag einfach mal um 60 Prozent zugelegt. Das, also in der Spitze um 60 Prozent zugelegt, das habe ich noch nicht gesehen. Wer sich noch daran beteiligen möchte, guckt mal auf die Kurse. Holger Schmidt und Johannes Winkelhage sagen Tschüss für heute. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder mit dem Briefing, die Economy und dem Überblick. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank, lieber Holger und lieber Johannes. Wir machen hier weiter, wie schon angekündigt, mit der Frage, ist Meta eigentlich so gut, wie sie tun? Denn, lieber Maximilian, es gibt ja auch Beispiele, wo man sagen kann, naja, also jetzt fordert er hier zwar Regulierung und tut so, als ob ihr alles tun wollt. Aber ihr habt auch schon in gerade Ländern, wo es wirklich darauf angekommen wäre, komplett versagt. Ja, du sagst es. Also die Vorwürfe gegenüber Meta's Moderationspraktiken gibt es ja schon lange. Und da braucht es dann auch nicht mal irgendwelche ausgefeilten Deepfake-Kampagnen für. Wenn man sich beispielsweise mal die Desinformations- und Propagandakampagnen im Zuge des Angriffs der Hamas auf Israel anschaut, wo lange Videos kursierten, die teilweise auch auf Zwischensequenzen aus Videospielen kamen, wo behauptet wurde, das sei jetzt ein israelischer Angriff auf den Gaza, wo nichts gegen getan wurde. Nicht nur bei Meta, auch bei TikTok beispielsweise oder bei X auf anderen Plattformen. Das ist kein besonders ausgefeilter, keine besonders ausgefeilter Desinformation gegeben. Und trotzdem waren die Plattformen teilweise überfordert damit, diese Inhalte zu löschen beziehungsweise zu kennzeichnen, dass es sich eben um Fehlinformationen handelt. Nicht zuletzt, 2021 war es, glaube ich, die Whistleblowerin Franzis Haugen, hat man schlaglich darauf geworfen, wie schwierig auch dieses Moderationsgeschäft ist für Meta. Die Kernaussage war ja so ein bisschen Meta stellt Profit über Sicherheit, weil eben besonders in nicht westlichen Ländern, beispielsweise in Äthiopien, obwohl der Kontern gewusst hat, dass es sehr risikoreiche Regionen sind, politisch sehr instabil, dass sie eben ganz bewusst Inhalte trotzdem nicht gelöscht haben aus Profiterwägungen. Alex, wir sind ja viel im Netz unterwegs, natürlich auch bei Recherchen. Auf Dinge muss man sich vorbereiten, man liest sich ein. Und so bist du schon mal bewusst über etwas gestolpert, was sich im Nachhinein als Fake herausgestellt hat? Ich sage es direkt, ich noch nicht auf meinen Berichterstattungsgebieten, aber vielleicht ist es auch einfach noch zu früh und der Korken fliegt jetzt gerade erst aus der Flasche? Ich auch noch nicht bewusst, was wie gesagt nicht heißen muss, dass es nicht anders ist. Darüber gestolpert, ich habe das Bild, was wir ja auch veröffentlicht haben, dann natürlich auch selbst vorher mal gefunden, wo Donald Trump verhaftet wird, aber da ist ja auch kenntlich gemacht, das ist halt, also da hat ja auch gar nicht jemand getan, als würde das jetzt was ganz Echtes. Er wollte ja auch vor allen Dingen vorführen, was möglich ist da zum Teil und darauf hinweisen. Der Papst in diesem … Ja, der Papst in dem, da schon drüber gestoppert, aber als ich das gesehen habe, da habe ich auch nicht wirklich gedacht, dass das Echt sein konnte, weil das sah zu merkwürdig irgendwie aus. Und dann auch die, das ist schon Jahre her, als das erste Video mit Barack Obama bekannt gemacht wurde, von diesem Regisseur, um mal zu zeigen, was man da alles machen kann, der hat natürlich auch direkt gesagt, ich habe euch mal hier gezeigt, wenn man das manipuliert, wie das dann aussieht, dann … Aber ansonsten noch nicht und ich hoffe, es hat auch noch nicht sich daraus irgendein unbewusster, unbeabsichtigter Fehler ergeben. Aber na klar, also wenn du den Punkt für so für uns ansprichst, der ist natürlich für uns auch in Recherchen ganz praktisch genauso wichtig, weil wir ja auch, so wie sich jeder Mensch über die Nachrichtenlage, Nachrichtengeschehen im Netz informiert, ist natürlich das Internet für uns auch ein wichtiges Recherchetool, neben den anderen üblichen und traditionellen. Und es ist völlig klar, dass es für unseren Beruf auch geht, dass wir da auch noch aufmerksamer sein müssen. Quellen werden, wichtiger, noch wichtiger, als sie ohnehin schon sind, aber und vertrauenswürdige Quellen, Marken, die das ausdrücken und die dieses Versprechen auch einlösen, werden sicherlich nicht bedeutungsloser, ist meine Hoffnung zumindest. So eine Redaktion wie die FAZ ist da ja auch gar nicht so an der allerersten Frontlinie. Da stehen ja erstmal Nachrichtenagenturen wie DPA und eine DPA hat da ja schon umfangreiche Anstrengungen unternommen, dass die nicht irgendetwas mit ihrem DPA-Stempel veredeln. Genau, die müssen eben auch, aber das ist sozusagen dann der Mechanismus eben, also die müssen sich drum kümmern und das hinkriegen, dass sie das schaffen. Und für Nachrichtenkonsumenten ist eben, ist sowas zum Beispiel halt eine Zertifizierung. Wenn da DPA draufsteht, dann kann man sich halt, muss man sich im Zweifel eben mehr drauf verlassen können, als wenn es halt Hans Müller ist aus irgendwo oder Will Smith aus, was weiß ich. Was du ja gerade auch mit Blick auf die FAZ sagtest. Nun gibt es aber eine auch, also ich glaube, dass auch, dass Marken, die seit Jahrzehnten Vertrauen aufgebaut haben, in dieser Situation sogar gewinnen können. Nun gibt es aber auch, und es wäre ja naiv, das zu leugnen, in der Gesellschaft auch eine gegenläufige Bewegung, die einzelnen Kreativen mehr Vertrauen schenkt, also weil sie mit ihrem eigenen Namen für irgendetwas stehen, als jetzt irgendeinem großen Medium. Und an der Stelle wird es ja so ein bisschen ambivalent. Also gut, dann musst du mit deinem Namen dafür sorgen, dass das alles so ist, wie es ist. Aber wenn dein Geschäftsmodell jetzt wäre, mit Halbwahrheiten erfolgreich zu sein, würde dieser Hemmschuh ja wegfallen. Ja, zwei, genau, zwei Gedanken dazu. Das eine ist, wenn es so jemanden gibt und der kriegt eine entsprechend große Aufmerksamkeit, indem er Lügen verbreitet, dann werden die etablierten Medien eben auch irgendwann, und es hat irgendwelche Folgen, die schlimm sind, dann werden die etablierten Medien auch anfangen, darüber zu berichten und eben auch mal diese Lügen aufdecken. Und ob das dann dazu führt, dass... Dass geglaubt wird. Dass geglaubt wird. Oder die Follower von demjenigen dann einfach komplett viel weniger werden. Meine Hoffnung ist, dass man da schon nach wie vor Einfluss nehmen kann und auf Dauer sich solche Leute enttarnen. Ein anderes Thema, was damit im Zusammenhang wichtig ist, und das ist auch einfach ein echtes Problem, ist ein soziologisches. Und da möchte ich gerne auf einen Artikel verweisen, den unser Kollege Alexander Wulfers aus unserer Sonntagszeitung neulich verfasst hat, unter dem Titel Wenn Lügen viral gehen, den können Sie auch natürlich im Internet nach wie vor finden, wenn Sie den lesen möchten. Und da hat er einen britischen Soziologen, Bernie Hogan, zitiert, der eben sich damit beschäftigt hat, auch mit der Verbreitung von manipulierten Inhalten und der eben auch gesagt hat, dass aus Nutzer-Sicht es eben, es oft nicht um Wahrhaftigkeit geht, sondern um Stimmung. Also es ist natürlich auch schon so, dass Leute nicht immer unbedingt die Wahrheit wissen wollen, sondern dass sie sehen wollen, was ihnen gefällt, wo die Stimmung ihnen nach ist, was sie vielleicht auch nicht dann als Wahrheit weiterleiten, wo sie nicht weiterleiten und sagen, guck mal hier, hast du schon gehört, was hier und hier passiert ist, sondern die halt ein gefälschtes Bild weiterleiten, vielleicht von einem stolpernden Joe Biden und das jemandem schicken und sagen, guck mal, witzig, ist ja komisch gemacht und so und dadurch verbreitet sich das und geht vielleicht viral und Leute finden es lustig oder aus irgendwelchen Gründen komisch und wollen es eben einfach sehen und es verbreitet sich deswegen und dann ist es aber unterbewusst irgendwie abgespeichert und schon mal drin und als Stimmung etabliert. Und das geht natürlich auch viel, viel leichter mit diesen Technologien und das werden wir auch, da habe ich keine Antwort, wie groß oder schlimm das ist als Problem, aber das kommt eben einfach hinzu als Phänomen. Das hat übrigens Jeff Bezos in einem, finde ich, sehr hörenswerten Podcast auch neulich mal, also vor einer Weile jetzt gesagt, als er gesagt hat, naja, wir Menschen sind nicht, wir sind Social Animals und nicht Truth Animals. Dann hat er erinnert, wir wollen eben... Stimmt, jede Art von Flurfunk ist ein Beweis dafür. Ja, wir wollen... Das, aber wir wollen halt noch nicht immer die... Er hat auch noch so ein bisschen ausgeführt und gesagt, naja, auch früher wurde es ja so, auch oft so, was weiß ich, früher wurde der, der die Wahrheit, auch die unangenehme Wahrheit gesagt hat, das war dann auch oft mal der, der im Dorf mit dem dann die Leute nichts mehr zu tun haben wollten, ja, oder so, oder den sie dann mal nachts ein bisschen drangsaliert haben oder sowas und dafür ist es den Leuten besser gegangen, wenn sie sich gegenseitig eingeredet haben, naja, ach, so ist es so und so, ja, es ist dann auch so schön und das ist natürlich in uns Menschen drin und was, mit dem man umgehen muss und was natürlich auch, also sowas, solche Eigenschaften oder Impulse anzusprechen, ist natürlich auch viel leichter mit solcher Technologie. Maximilian, bist du schon mal in deiner echten, normalen Arbeit, also nicht in einem Stück, wo es, also nicht bei der Recherche für ein Stück, wo es konkret um Deepfakes geht, sondern in der Arbeit, sozusagen, die damit jetzt erstmal ursächlich nichts zu tun hat, schon mal über sowas manipulativ Falsches gestolpert oder auch noch nicht? Ah, ich, nicht so ganz konkret, aber also, mir fällt es jetzt tatsächlich besonders auf X auf, wo ich mich immer noch rumtreibe, viele haben es ja verlassen, dass ich zum Beispiel im Zuge dieser ganzen App-Sign-File-Geschichte unfassbar oft in meiner Timeline irgendwelche Dokumente, vermeintlichen Dokumente gespült wurden oder irgendwelche vermeintlichen Bilder, die Politiker oder irgendwelche Stars gezeigt haben, wie sie vermeintlich mit Epstein posiert haben und davon waren dann einige wahr und einige weniger wahr, aber das war jetzt auch nicht, da ging es jetzt auch nicht um eine konkrete Textrecherche, das war jetzt eher so im Privaten, ich scrolle mal über ein soziales Netzwerk. Na, aber immerhin, immerhin, hätte ja auch sein können, dass du darüber schreiben musst. Also, sie sind auf jeden Fall da und sie sind auch manchmal ganz subtil da und die Beispiele, mit denen wir hier eingestiegen sind, Joe Biden, Donald Trump, Taylor Swift und so, das ist ja dann gleich so offensichtlich und so klar, das ist möglicherweise das Ungefährlichere als irgendetwas, wo einem dann von Impfgegnern eine vermeintliche wissenschaftliche Erkenntnis untergeschoben wird, dass es so und so sein soll und so, also, man muss wahrscheinlich viel stärker aufpassen heute schon, als man beim normalen Surfen im Netz so denkt. Übrigens finde ich, das auch Phishing-SMS und solche Dinge immer authentischer werden. Ja klar, gehört das mit dazu. Ja klar, wenn ich, das gehört dazu, bin ich ja nur Kunde bei den Banken, die ich kenne, aber wenn mir sonst alles noch so schickt, was mit meinem Konto gerade los ist, das ist ja, wird ja auch immer besser gemacht. Ja klar, es geht schneller, es ist automatisierbar, das ist tatsächlich ein Riesen, ein Riesenproblem. Glaubt ihr, dass wir dieses Wasserzeichen bei der FAZ brauchen? Ja, du hast es eigentlich eben schon gesagt, Maximilian, denkst du auch, dass wir uns mit sowas befassen sollten, dass man eindeutig erkennen kann, ist von uns? Ich glaube, das wäre eine sinnvolle Sache, ja. Auch wenn Wasserzeichen sicherlich nie perfekt sind, ich meine, was ich noch einen ganz interessanten Aspekt finde, ist der Aspekt KI gegen KI, das sagen ja auch viele, dass man den Missbrauch der Technologie eigentlich nur gestoppt kriegt mit Hilfe der Technologie. die ganzen großen Plattformen fangen schon damit an, auch große Sprachmodelle auf ihre Community-Richtlinien zu trainieren, um das eben nicht nur, er hat es auch als Schild einzusetzen, gegen solche Deepfake-Kampagnen beispielsweise. Das ist was, worauf ich dann noch vielleicht ein bisschen Hoffnung setzen würde, abseits vom Thema Medienkompetenz, das natürlich sowieso wichtig ist. Das ist ja auch was im Prinzip, die sozusagen, man kann sich große Sorgen machen, sollte es auch momentan und sehr, sehr vorsichtig sein, aber zumindest, und das ist natürlich kein Beweis dafür oder keine Sicherheit, dass es auch diesmal gelingt, wenn man in der Geschichte zurückguckt, sehen wir zumindest aber auch nicht zum ersten Mal, dass durch eine bestimmte Technologie es viel leichter wird, Inhalte zu verbreiten an eine größere Gruppe von Menschen und bisher zumindest hat die Menschheit immer Verfahren gefunden, wie sie dem Ganzen dann doch irgendwie begegnen konnte, man hat, was weiß ich, die Beispiel, was immer genannt wird, ist auch die Erfindung des Buchdrucks, hat ja auch revolutioniert, wie schnell man Inhalte für welche breiten Massen verfügbar machen konnte und heute finden wir toll, wie viele verschiedene Bücher es gibt und nicht wie viele verschiedene gefälschte Bücher es gibt, also zumindest primär und dann ist das Web ja auch schon jetzt ein paar Jahre alt und nicht erst seit gestern gekommen und hat neue Kanäle geschaffen und jetzt jetzt sagen natürlich einige Leute, gut, jetzt ist es in einem sozusagen auf absoluten Steroiden und in der Geschwindigkeit und in einem Umfang möglich, die halt alles bisherige außer Kraft gesetzt hat. Ich weiß nicht, ob man es damals, es ist so, man hat es damals vielleicht auch manchmal so gesagt, ich will nur sagen, weil du jetzt auch schon angesprochen hast, Maximilian, KI gegen KI, man kann auch, vielleicht gelingt es uns auch und hoffentlich und hoffentlich gelingt es uns eben auch technisch damit irgendwie umzugehen und das in den und die Vorteile sozusagen zu nutzen und nicht, dass die Nachteile von der Technologie überwiegen. Das ist auf jeden Fall zu hoffen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören mit dem Versprechen, dass Sie den Original Dikonomie Podcast gehört haben, auch ohne Wasserzeichen. Hier war alles echt. Der Alex sitzt mir gegenüber, Maximilian war uns zugeschaltet. Vielen Dank nochmal, Maximilian, für auch deine Einsichten und Erkenntnisse, die du hier mit eingebracht hast. Mir verbleibt nur noch auf all das zu machen, was bei uns unter den Markennamen Dikonomie erscheint, das Briefing, aber auch das, was sich dazu bei uns im Netz findet. Wenn Sie rund um die Digitalisierung up to date bleiben wollen, ist das der Markenname, den Sie kennen sollten, mit oder ohne Wasserzeichen. Machen Sie es gut. Viel Spaß im Karneval und bei der Kamelle bitte auch nur in die echten beißen. Bis dann. Tschüss.